Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir und zwar diesmal was ganz was anderes und zwar ich habe mir gedacht ich müsste mal was machen was ein bisschen lustig ist und dazu habe ich mir gedacht wir nennen das Format einfach mal auch Spaß muss sein nach einer Sendung die ich früher in meiner Kindheit immer gesehen habe alle die aus Österreich sind die wissen vielleicht was ich meine und jetzt würde ich mal sagen ich hoffe es gefällt euch und ja dann geht es gleich nach dem Vorspann los ich bin James Knox selbst und das ist mein Kanal so ich drehe dieses Video jetzt weil ich habe auf YouTube ein Video gesehen und zwar von einem Landsmann von mir ich blende euch das Video ein und mache euch auch den Kommentar unten rein und zwar der hat mir sehr leid getan er hat seiner Freundin versprochen er saugt die Wohnung raus aber er hatte das Problem dass der Staubsauger nicht anspringen wollte und das geht aber eigentlich ganz gut man muss den Staubsauger immer regelmäßig warten ja bei seinem Mechaniker in Ordnung bringen lassen dann funktioniert das und wie so ein Staubsauger anspringt auf Anhieb oder nach den ersten paar Startversuchen werde ich euch jetzt zeigen ah er läuft doch wunderbar so jetzt kommt er mal los hier kommt's an so das war es auch schon für dieses Video ich hoffe es hat euch gefallen wenn es euch gefallen hat gebt mir gerne einen Daumen hoch dann weiß ich ob ich sowas nochmal machen soll oder mir was lustiges einfallen lassen soll für euch äh oder sagt ihr ne das ist nichts für dich James Knopf mach was anderes dann macht ihr mir einen Daumen runter bitte dann weiß ich genau ob euch das gefallen hat oder nicht gut ich bedanke mich bei euch für die Zeit fürs Zuschauen wünsche euch viel Spass bis zum nächsten Mal ciao